Warum tun Sie, was Sie tun? Sprich, welcher Sinn steht dahinter? Was möchten Sie mit Ihrer Arbeitskraft, mit Ihren Produkten und Dienstleistungen tatsächlich bewirken? Und wissen, dass Ihre Ansprechpartner, Ihre Mitarbeiter, Ihre Kunden und Interessenten, falls nicht, sollten wir beiden uns dringend kennenlernen. Denn sowohl Sie als auch jedes Unternehmen hat eine Biografie. Und in dieser Biografie steckt alles das, was Sie brauchen, um richtig zu kommunizieren. Damit Ihre Interessenten, Ansprechpartner, Mitarbeiter, Kunden tatsächlich auch an Ihnen und Ihre Biografie andocken können. Wie das funktioniert, das zeige ich Ihnen sehr gerne. Auf changeify.de finden Sie meine vier Schwerpunkte und ich freue mich, Sie bald kennenzulernen. Ich bin nur einen Klick weit, einen Anruf, eine E-Mail von Ihnen entfernt. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.